ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren filmkategie auf diesem kanal beziehungsweise zu einem weiteren dvd review und heute haben wir vorliegen einen absoluten klassiker absoluten wunderschönen media book und zwar das media book zu der weiße aus den jahren 1975 von steven spielberg bzw ja in diesem limitierten universal media book mit dem original cover und das ist wirklich richtig richtig cool damit keine weiteren schriftzüge das ist also recht simpel gemacht auch kein extra gezeichnetes artwork wie man es ja heutzutage hat was irgendwie extra episch noch wirken sondern wirklich das original klassische artwork und ich finde mehr braucht es auch gar nicht das hat so eine das ist so fantastisch gemacht und das hat so eine anziehungskraft finde ich dieses cover was auch einfach so klassisch ist das sieht so extrem cool aus hier oben ja die schrift noch so ein bisschen veredelt man sieht so ein bisschen wenn ich es ins licht halt und hier dieser weiße heim der hier die wenn auf die frau sich zu bewegt ich glaube das kennt auch jeder selbst wenn jetzt nicht so sich mit film auskennt aber das ist wirklich einfach richtig cool das gefällt mir sehr hier auf dem spain auch recht simpel gehalten der weiße haar einfach in dieser roten schrift und dann hier natürlich den hauptcharakter den weißen heim man sieht schon das ist wirklich ziemlich dick das media book aber gucken wir erst mal rein dann haben wir hier einmal die blu-ray ebenfalls mit dem original cover und dann hier im hintergrund sehen wir natürlich auch noch das boot ja das ist auf jeden fall sehr sehr cool das hier ist übrigens die version mit den geschnittenen zähnen meine ich die 124 minuten denn die dvd geht wenn ich mich ihre genau 120 minuten und hier im hintergrund haben wir auch dann eine den quint ist es wir haben wir den quint denn schön haifänger hier auf dem boot ebenfalls eine sehr schöne zähne im hintergrund gedruckt sehr schön ja und das medialbuch ist wirklich extremst extremst informativ und sehr gut geschrieben wie ich finde das bedeutet auch die hintergründe des films und das buch basiert ja unter anderem auf haiangriffe an der ostküste der usa im jahr 1916 hier erst 1960 im badeort namens beach haven auf der insel long beach island ja das wird ihr so ein bisschen beleuchtet da geht es um den roman auch den ich eines nicht gelesen habe der auch glaube ich ziemlich unbekannt ist und natürlich hier auch über den film ja ein paar hinder und informationen also das ist wirklich sehr umfangreich das ist ja sehr schön natürlich auch ein bisschen steven spielberg wie er hier diesen film gemacht hat dieser film ihn auch wirklich berühmt gemacht hat könnte man sagen über die schauspieler natürlich einfach absolut großartig also das medialbuch ist sehr informativ und so muss ein medialbuch auch sein nicht so ein paar seiten wo noch die bilder extrem groß sind sondern wirklich seitenlang das hier kann auch wirklich bucket genannt werden das ist ein medialbuch ja wenn ich jetzt mal ersetzt wie man wie man sieht so muss ein medialbuch sein sehr sehr schön dann im hintergrund haben wir jetzt nicht nur irgendwelche daten oder so sondern es ist auch sehr simpel gestaltet das ist so ein bisschen minimalistisch finde ich aber das macht dieses medialbuch auch wirklich so cool das hat wirklich ja das sieht richtig schön aus wenn man sich das hinstellt und ich finde auch der weiße heiß einfach klassiker die muss man irgendwie in der sammlung haben und ich glaube über den film an sich muss ich auch gar nicht viel reden über die story oder so für mich ist ein absoluter klassiker den man mal gesehen haben muss der hat auch heute seine anziehungskraft ja der funktioniert heute genauso wie er damals funktioniert okay inzwischen die haja trappe man sieht an einigen stellen dass das eine haja trappe ist aber die charaktere ja dieses zusammenspiel da auf dem boot und dann diese ikonischen szene wenn der heizung erst mal auftaucht wenn sie da betrunken dieses lied singen in der kombüse zum beispiel oder nicht kombüse aber wo man da im boot unten sitzen kann er hat diese 10 die sind lecken legendär und die machen heute auch immer noch unglaublich viel spaß deswegen ist der klassiker ist zu rechten klassiker und ich glaube über die geschichte an sich muss ich wirklich nicht viel erzählen für mich ist das natürlich ein top film top tier horror film ich glaube der beste der film der jemals gedreht wurde und auch sonst einfach ein absoluter der film hat zurecht natürlich legenden status und ist glaube ich auch so der wirkliche erste blockbuster hat sie auch gerade gesehen blockbuster weil er wirklich weil die schlangen über die ganzen blogs hindurch gingen ja und hier hat man natürlich ein absolutes top media book ja informativ extremst informativ und ja mir ganz wichtig auch die alte synchronisation drauf es gab ja eine neue synchronisation aus dem jahre 2000 oder so rund um den dreh 2000 gab es eine neue synchronisation aber ich habe den film auch nur in der alten synchronisation geguckt das passt einfach viel besser die neue synchronisation mag ich gar nicht das passt irgendwie zu den charakteren überhaupt nicht und aber allgemein kann ich wirklich sagen die ist hier auch drauf wir haben ja die alte und neue synchron fassung und deswegen kann man hier als fan glaube ich bedenkenlos zugreifen extremst informativ und natürlich auch ein extremst unterhaltsamer film und deswegen kann ich glaube ich sagen das ist wirklich eines der besten media books die ich in der sammlung habe ich glaube gebrauch kostet das inzwischen so 35 euro ich habe es beim movie loo tatsächlich viele grüße falls er das sehen sollte was ich jetzt nicht glaube für 20 euro habe ich mir das bei ihm gekauft in dem letzten verkaufsvideo da musste ich einfach zuschlagen weil das für den preis der wirklich sehr fair ist finde ich ja dann schreibt mir gerne in die kommentare wie ihr diesen film fandet oder wie dieses media book findet obwohl wir diesen film findet muss ich glaube ich gar nicht fragen aber ich bedanke mich natürlich dass ihr zugesehen habt und wir sehen uns beim nächsten mal tschau